No entering twisted way. Könnte also eine neue Map sein. The imps don't stop spawning. Warte mal. Dann beeilen wir uns besser. Also ich denke mal, dass wir uns dann beeilen müssen, oder? Oder ist das einfach nur so ein Joke-Comment, weil hier eine Menge Imp-Spawn-Fallen versteckt sind? Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nicht eventuell das Ganze schwieriger gemacht habe, indem ich versucht habe, es zu rushen. Kann natürlich sein. Aber dann again, so schlimm ist es auch nicht. Uns geht es gut genug. Okay, wir haben glücklicherweise die Muni noch. Aber es wird auf jeden Fall eng werden. Eine Chain-Gun haben wir nicht. Vielleicht müssen wir sogar den ein oder anderen wegpisteln. Ich glaube ja. Oder... Oder... Ja, könnte reichen. Ja. Dann never mind. Okay, never mind. Die Muni ist wieder da. Ich erinnere mich nicht an diese Map. Ich weiß nicht, ob die neue ist. Okay. Auf der anderen Seite wahrscheinlich das gleiche Spiel. Ah, zack. Wait, what? Der hat das echt überlebt? Obwohl ich ihn schon ein bisschen ange... geschossen hatte mit der... mit der Shotgun. Okay, das waren auch schon alle Gegner. Die Imps Don't Stop Spawning hieß es. Okay. Oh cool, danke. Ah, deswegen wahrscheinlich, weil da nochmal eine Impp-Falle ist. Ah, jetzt ist die Imps Don't Stop Spawning Falle. Okay, jetzt. Jetzt weiß ich, warum dieser Comment gemacht wurde. Ich hätte den einfach nicht lesen sollen. Dann hätte ich mir Paranoia erspart. Am Anfang. Wie viele Imps werden das wohl am Schluss gewesen sein? Wir hatten 41... äh... Gegner gekillt. Als ich den Schalter gedrückt hatte. Und also gleich Zeit für ein bisschen Quick Math. Das sieht doch langsam aus, als wären das die Letzten gewesen. Okay, äh... 49. 49. Und zack. Wunderbar. Das war doch super. Cool, wir haben sogar die Part-Time. Okay, wie ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.